Hallo. Wir sind Sarah. Genau. Grüß dich. Und das ist der... Bist du unser Tandem-Master? Ja, klar. Holy Shit. Also nicht wegen dir, aber jetzt tut's ernst. Bist du das Opfer? Ich bin das Opfer, ja. Machst du nicht größer? Brrrr. Holy Macaroli. Das ist mal ein Rucksack. Das ist zu krass. Was muss ich? Kann was mich das doch planen? Nee. Später. Nein. Auch krass, dass das Stefan Rapp mal gemacht hat. Es regnet und schneit und schneit. Das ist... Ja, das stimmt. Ach, ich liebe dich. Das war super. Ja? Und? Ja, also... Willkommen zu einer neuen Folge Eiche machen Sachen. Und zur ersten Folge Eiche in Gefahr. Wird wahrscheinlich auch die letzte sein. Und wir werden heute einen Tandemsprung machen. Am Nebelhorn. Du siehst richtig Profimäßig alles. Und dann sage ich hinter Lauf. Und du wirst hier? Du druckst hier. Ja. Lauf. Gleich fliegt er los. Drei, zwei, eins. Schau! 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 Ui! Das ist das Gerät. Die anderen fliegen jetzt auf. Wie geht es jetzt, nachdem du den ersten Start gesehen hast? Na jetzt geht es mir schlechter als davor. Scheiße! Ich war eigentlich entspannt, aber das sah schon krass aus. Und dann dieser... Ja, vielleicht macht der ein Looping bei dir. Ich wäre echt gerne als erster gestartet. Gleich geht's los! Eichy! Was? 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 Was ist die letzte Worte? Äh... Ich bin traut. Ja. Was ist das? м Schmerz. Das ist ja geil, oder? Das ist wahnsinnig geil. Eiche in Gefahr! 1.908 Meter. Eine tolle Leidenschaft. Ja, ja. Zu Wuppelhase. Herrlich. Oh, Glück. Voll geil. Ja? Das ist ein Trauma. Das ist doch super. Wir hatten auch einen geilen Tandemmars. Der beste Mann! He made it! Geil! Und? Sau geil war's. Ja. Ey, danke euch allen. So gut, du hast es gemacht, Alter. Richtig geil, richtig geil. 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 Und? Geile Experience? Ey, beste Geburtstagsgeschenk. Ja. Jetzt hätte ich fast die Abmoderation vergessen vor lauter Adrenalin. Ey, wer es noch nicht gemacht hat, do it. Tandemsprung, richtig geil. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Wie ist deine Aufregung von 1 bis 10? Ja, ja, 12.